Wir haben festgestellt, im Winter angeln einfach immer mehr Leute auftreibend mit Marshmallows. Und warum sollte man das Ganze nicht speziell auf den Geschmack der Forelle ausgerichtet rausbringen? Wir haben das Ganze gemacht und zwar haben wir die Marshmallow Bits in acht unterschiedlichen Farbvarianten mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Pellet, Knoblauch oder Banane, für euch rausgebracht. Testet das Ganze, es ist extrem fängig, egal ob ihr das Solo anbietet oder in Kombination mit einer Bienenmade. Extrem stark auftreibend und mit einer sehr, sehr starken Duftspur. Viel Spaß am Wasser damit!